Vielleicht haben Sie ja selber schon mal einen Reifenwechsel gemacht. Ist ja auch wieder Zeit dafür. Mit normalen Reifen ist das schon anstrengend genug, aber können Sie sich das Ganze mit solchen Ungetümern hier vorstellen? Das sind die größten Reifen der Welt, wo sie eingesetzt werden und wie da ein Reifenwechsel abläuft. Das zeigen wir Ihnen jetzt.